Es geht weiter. Ich hab 5 Wins. Noch 2 Wins wären optimal. Ab 7 kriegt man ja ein bisschen besseres Zeug, glaube ich. Noch 2 Wins. Dann kann ich in Ruhe abtreten erstmal. Ich brauch einen leichten Gegner jetzt. 2 leichte Gegner jetzt. Ich will jetzt nicht mal eine Herausforderung oder so. Es ist Arena. Es geht um Punkte. Ich würde sagen, der kommt weg und... Oder so. Oh, nice. Da kann ich das Wombo-Komboen. Oh Gott. den zerstört er einfach muss ich das so machen den darf er zerstören hier mit dem trade bin ich absolut einverstanden genau darauf habe ich gewartet in der nächsten runde kann ich den hier ein wombo kombon dann hat er 5 2 aber das ist auch wieder problematisch wegen ja mann der ist sogar noch besser dann bombe komme ich das nächste runde habe ich zwei einheit mit 5 3 und 5 2 das will ich mehr das darfst du ja 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 ich glaube ich habe gewonnen das war ein sehr schnelles match wenn er jetzt das feld nicht irgendwie klären kann selbst wenn er diese karte ausspielt die allen zwei schaden gibt habe ich noch zwei einheiten und dann kann er noch angreifen dann habe ich nur noch eine einheit eine einheit und dann ich habe gewonnen alles was zählt jo dann bedanke ich mich bei euch herzlichst fürs zuschauen wir sehen uns im nächsten part wieder war zwar ein kurzer part aber ja bis zum nächsten mal wir sehen uns im nächsten mal mit mit gibt wir reden